Was bin ich? Ein Gefühl? Eine Herausforderung? Eine Entdeckung? Lebensfreude? Magie? Ich bin eine Region. Ein Landstrich. Ein Arbeitsplatz. Ein Zuhause. Was ich heute bin, habe ich nicht alleine geschafft. Das waren die Menschen, die entschieden haben, hier etwas aufzubauen. Sie bilden eine Gemeinschaft. Ihre handwerklichen Fähigkeiten werden überall geschätzt. Ihre Produkte werden in die ganze Welt exportiert. Und was sie aus mir gemacht haben, das ist wirklich erstaunlich. Die Menschen hier, sagt man, haben ein Talent für Mehrsprachigkeit. Sie sind offen und anpassungsfähig. Das hat unter anderem mit meiner bewegten Geschichte zu tun. Im Laufe der Jahrhunderte gehörte ich zu Spanien, Österreich, Frankreich, Preußen und seit 1920 bin ich ein Teil von Belgien. Deswegen sind die Menschen hier grenzerfahren. Wo einst Zollhäuschen standen, blüht heute der Kulturbetrieb. Wo früher geschmuggelt wurde, bestehen heute intensive wirtschaftliche Beziehungen. Wo sich das Romanische seit Menschengedenken mit dem Germanischen vermischt, ist ein ganz eigenes Lebensgefühl gewachsen. Meine Sonderstellung im Bundesstaat Belgien hat dazu geführt, dass ich ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung habe. Diese große Autonomie ermöglicht es, dass Entscheidungen schnell umgesetzt werden. Die Menschen hier haben ein ausgezeichnetes Schul- und Ausbildungssystem aufgebaut, das kostenlose Kindergartenplätze und Ganztagsunterricht anbietet. Neben der deutschen Muttersprache wird ganz früh Französisch unterrichtet. Später kommen weitere Sprachen hinzu. Auch die vielen Betriebe sind an der dualen Ausbildung der Jugend beteiligt. Es gibt eine autonome Hochschule und mehrere Universitätsstädte liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Fritte, dass die Menschen sie hier geradezu verehren, können sie nur schwer verleugnen. Doch unsere Gastronomie kann noch viel mehr. Kreative Küche mit ganz viel Savoir-Vivre. Ich bin ein Ort zum Aufwachsen, zum Leben, zum Altwerden. Ich bin eine Region zwischen Maas und Rhein. Ein Landstrich im Herzen Europas. Ein Arbeitsplatz mit Zukunft. Ein Zuhause. Das alles bin ich. Ich bin Ost-Belgien.